starten moin leute herzlich willkommen zu einer neuen folge fortnight lego zusammen mit shelby ich bin lustig bin zusammen mit michael wenn das so bockig ist ich habe ein spiel hast denn ich habe mir das gebäude habe ich auch schon auf wird tatsächlich doch geht ich habe mein gebäude weiterentwickelt das hat dann an wie ein satisfaktor du musst rechts klicken und dann snap dann an die punkte die baupunkte so zum beispiel und wie kann ich das entfernen ist ja müsst und nicht ganz mittig wie du siehst jetzt habe ich fast so viel oder als ich alles ins gebäude bauen statt da irgendwie das upgrade verfügbar was von upgrade durch mein dorfplatz wahrscheinlich die ganze platz sein ich brauche auch noch platz zu bauen sollte den reißen wir schön wieder auf was ist meins ja sorry dann such doch den anderen platz der ärgert mich einfach aber auch kein holz mehr pech gab würde ich mal sagen ja dann musst du dir wohl holz finden ich habe noch 19 holz ich habe dich doch vor nicht wenn er mal kauf zusammenspielen das willst du doch eh nicht oder witzte wer weiß doch sagt jetzt bitte nun an wieso ich habe ja an treppen ja guten morgen ein bisschen fanny muss ich sagen aber wie findest du das jetzt mal skala 1 bis 10 nicht 8 weil ich nichts von lego muss ich sagen aber aber du wolltest ja mein kopf ist ja schon zehn jahre hier ist karls und es gibt wieder wieder bei mir nicht uns regnet die nächste sind echt nervig dass sie so kurz sind richter groß die waffe gehört du hast hunger miss kalt schütter aber schaden erlitten hatte mir zu kalt wahrscheinlich wegen frostschutz ja kannst aber diese bärne mal essen jetzt sammeln kannst ich hoffe siehst du nichts was ich gerade baue ja bei mir gewinnt es muss zurück geht die nasen nach dir ist kalt mir nicht da komme ich zu dir nein du musst glaube ich warte mal kurz gehen wir ins menü dann steht da schneebeeren die musst du essen das ging kein frostschutz karte dann auf inventar dann auf auf diese schneebeeren hast du die kann ich aber stark teilen großzügig guck mal ich hab dich hingeschmissen nimmt immer ist mal eine da hast du zwei mit dem frostschutz kannst du im kalten gebiet bleiben so lange merkst du das ja das sind schneebeeren die musst du sammeln kriegst du frostschutz für zwei minuten dann muss man wieder essen in büschen kannst du sammeln ich hab ja wie kannst du wenn es sobald der frostschutz einsetzt musst du sie essen die anderen bringen nix schmutz ja schmutz schmutz ich will aber auch nicht schlecht zurück irgendwie so biome quasi wie nennt man das biome biome ja fällt der name nicht ein was ich sagen wollte ja karma kann ich den scheiß baum nicht fallen hier manche bäume geht es nicht aber ja schon probiert ja eine minute habe ich noch ja und dann man muss noch ein neues nachsatzschutz wenn ich jetzt schon ein essen sollte ist egal was hunger ich habe immer ein paar für dich es gibt es irgendwie ein bisschen überall hat die ganze die fackel in der hand die achse ist kaputt ja musst du neuerstimmst meine auch auch kaputt ey meine ist schon kaputt eine achse ist kaputt und die reparieren nee schade ist das kein anbuss oder warum ist es hell geworden auf einmal das ist nicht nachgeworden teilweise kaputt aber ich wollte was essen in echt siehst du das eigentlich wenn ich irgendwo hab nö glaubt noch die auf sich selbst gestillte hat ja es hält auch nicht lange ja gut wir müssen fleisch essen ist klar wir fressen irgendwelche früchte wir müssen halt tiere auf dauer haben wir müssen zurück zur base warum es gewittert oh ja ich sehe es ist aber auch irgendwie komisch denn hat sie nicht gewittert bei mir guck mal siehst du denn was ich gebaut habe ein unterschied aber auch noch eine treppe gebaut siehst du die komm ich bin ich bin drinnen ich auch wollen wir pennen nö was bringt das ja der dritt nacht über 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 diesen nee warum du meinst du deine ding weg das war mir doch gar nix ich gebe jetzt doch ja geh mit ja und weiter ach ja wieder so weit glaubt nicht wer läuft da hinten keine ahnung die steigen da mit den fackeln jungen wie das boden wie der boden vibriert wenn der blitz anspricht wie sind die typen dahin mit den fackeln ja brauch auch ein bett wahrscheinlich na klar brauchst du ein bett oh war als wurde der blitz gerade eingeschlagen ist in deinem bett in die budd auf jeden Fall oh guck mal junge sogar blitzschaden da auf dem boden so stark sind die was ist denn los was ist denn los was denn der eine mit fackeln jungen die sind ja richtig stark die blitzes hast du ein bett in meinem haus hallo was das dorf damit kannst du das dorf aktualisieren kann man das überhaupt ich rede mir das quatsch tande kann man da oben übers drücken wegen level mensch ich hasse gewitter guck mal stehe ich gut da oben da oben kann ich hier sehen ach da oben stehe gut da suboptimal glaube ich ey mensch das ganze Ding vibriert ja komplett oh denkt man ja gar nicht oh ne gibt sogar Zäune und wieder wird eingeschlagen aber nicht bei mir hihihi naja er schon schon cool muss ich sagen wenn wir gleich bleiben oh au warte mal wo er gerade eingeschlagen ist mich ja was für ein Ding Kartenmarkierer oh das ist interessant können wir unsere Hauptbase markieren zum Beispiel ach ja ja warum ist hier so ne Markierung soll ich mal hier hinstellen irgendwo ja mach mal ach ja gut du bist dann Kartenmarkierung siehst du auf der Map dann schlägt ich weiß nur dass der Blitz überall einschlägt der Rambazamba mal ja ich weiß nur dass der Blitz überall einschlägt oh oh das ist gerade mein Dach eingeschlagen Mensch ich kenne meine Base weiß wo der Blitzkarte eingeschlagen ist ich ja es hat aufgehört warte auf M ja ich sehe es sogar mich ja was denn wir können weiter also ich brauche ne Angst ach das heißt mir fehlt Holz ähm gut hast du Holz ja darf ich nö Mensch da muss man ja teilen es gibt doch gleich alles hier 30 gib Ruhe Dankeschön Nervesäge was 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 sagt lieber nix sonst bist du an einer Anzeige im Hals ja lustig wer du was wollte ich tun was wollte ich tun auch so eine neue Axt auch beides warte Blitz hat mich schon gehört ach oh du Arme dachte ich nicht und für das muss doch maus es ist schon 5 Uhr ja guten Morgen das war es was willst du machen können wir gleich mal spielen doch du wolltest du hast gesagt wir können auch spiel hallo also dahin siehst du doch was machst du da hinten ja nix auch so den kann ich auch noch sagen ach das weiß ich jetzt nein meine achse ist kaputt muss neuer machen was wir jetzt gesagt doch jetzt muss ich wirklich neues mal mein holz das ist mein baum wir können ja teilen hallo abgelehnt leck mich doch mal aus er zuerst finden das walden nein nein der klaut mir alle meine sachen ja das ist mein dann nämlich hey nach abgall dumme spinne spinne lecker und eine andere spinne weiß wie viel holz ich schon ab 106 was dauert nein geh weg was bestimmt klasse ich brauche schwer die nerven mädchen scheiß fischer warte komm her damit die beteiligen ob kein hat kein schwert danke ich habe jetzt schon 120 holz 131 ja guten morgen matsch ist auch weg geflogen nö hihihi lass es doch danke ach scheiße ja 140 holz habe ich von mädchen meine waffe ist kaputt kann die bombe nicht mehr fällen ist dein baum ist auch ein bohne mein axi ist auch kaputt ja warum holst du dir keine wertbank ich bin gering verdiener kann ich mir nicht leisten kein kommentar und schwert machen bin ich ehrlich du kriegen verdiener dumm ist wie ich mir heute du musst zombie also ich hätte bock zu spielen mein kloch weiß der ich bin lecker die ist verreckt aber die nacht aber die nacht ging aber schneller rum man du bist so dicht neben mir das nervt mich irgendwie was guckst du so hallo hallo ja was ist denn los schon wieder nix mami nein ich glaube schon war wieder mami da nein glaube ich schon naja naja ja ja du wieso ich du bist du kriegst du mein haus bisschen abbauen du kannst ruhig dich ausbreiten ich gehe deswegen ein bisschen auseinander ist damit ich mich umbauen kann bin ich ehrlich ja ist so wenn wir so dich nebeneinander seien hocken wir aufeinander nein ja doch baum ist ja was ab da kannst du machen ich habe ich ein bisschen auseinander gegangen damit ich ein bisschen platz ab zum bauern will ich ehrlich du bist besser wir sind unmittelbar in der nähe also hallo und ich will trotzdem dass bei mir wohnst wir sind auch näher da kann ich ja dein haus nach weil so würde schon aber ist das nur ach so haben wir nur wie kann ich jetzt nur kann ich hier gar nicht bauen was bedeuten diese zone siehst du die zone bedeutet irgendwas ich sehe keine doch guck mal ich sehe keine bei mir so eine linie bei mir nicht draußen bauen ich kann um ja ich kann gehen wie ich will ich kann auch hier bauen ja aber da ist eine zone irgendwie so eine spielzone oder ja ich kann das ist eine base zone eine base zone ist verfügbar wissen nicht was machst du dahinten getestet das ist nur für die base zone guck doch mal bei mir streben siehst du dann ja und immer ein bauobjekt du siehst du die bauzone ich habe keins ja du musst bei mir bauen wahrscheinlich nein doch soll ich dein bett auch abreißen auch schon alles abgerissen eigentlich machen wenn die ruhe ab dort ist ab so leider will ich loswerden hey habe ich nicht aber du wolltest ja freiwillig gehen ich wollte die pelle gerückt bist und was hat das jetzt mit mit zu tun naja wie lange wird es überhaupt noch ja keine ahnung bin ich ehrlich kann ich aktuell keine ahnung drauf geben wieso wieso sind sie müde nö wenn dann könntest du noch hier weiter spielen wenn ich offline bin du hast ja rechte das war blöd nix was meinst du nix sag doch nö abgelehnt warum nicht weiß nicht wie ab 154 holz das kann ich alles verbauen gerade ist eine riesenfläche jetzt war und hier eine profesorisch nix nix bekommst du auch die benachrichtigung welche nachricht nach wegen haus update was ich baue ja gewissermaßen das kann mein lager was der unterschied zwischen den zwei wänden offen das ist ja richtig mühsam jetzt hier kann sie auf den rand bauen abgelehnt kann man ich komme nicht mehr hoch das findest du witzig oder ich bin nicht schadenfroh naja ich doch nicht geht's hier auf fenster meine hütte ist fertig steiner brauche ich hat für steiner ich wollte eigentlich mit der minecraft spielen verstehst du ich wollte doch mit dem minecraft spielen äh was ist das was denn nix ich sehe nur keinst du nee ich sehe glaube ich nur keinst du aber ich habe neben gebäude brauche ich ja keinen packel eigentlich nicht das ist denn draußen wenn ich hier draußen bin zu dir dorfplatz ne du hast einen dorfplatz glaube ich kreiert muss ich auch einen dorfplatz kreieren wie du das wäre ja gut dass ich ein upgrade machen kann warum habe ich jetzt für eine aufgabe erfüllte eine werkbank irgendwie laufen das bin ich haben sie lange weil ich gleich nur zu meine bester und ausgerutscht na ups ein krill kann ich anmachen ein neuer eintrag lecker spiegelei an was denkst du jetzt schon wieder nix bist du müde wieso wieso bist du ins bett nö ich frage doch nur ob du müde bist und ich frage ob du ins bett wirst vielleicht das ist ein boss dahinten oder ein wolf schon wieder ein wolf hier weg dumme spinne ich hab keinen bock auf dich vielleicht bin ich mit mir vielleicht gibt es die sektor aber es wird sie erst aber richtig kenne doch gar nicht bei dem weiten stra依lich Okay. Okay. Ah. Was stellst du her? Ein Schwert. Wie? Ich geh mal wandern. Mhm. Kannst du ruhig sein, wenn du müde bist? Nö, nö. Sag doch. Bin ich müde? Bin nie müde. Jaja. 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 Vielleicht bin ich müde. Zack, damit du müde bist. Ja, bin ich. Das ist ins Bett. Was? Das ist ins Bett. Nö. Mit dir. 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 Mö. Mit dir. Mö. Zwei. wenn ich sehen ach du scheiße ja wir müssen weiter darauf auf ihn er weiß jetzt schon er aufmerksam geworden bist du bereit ich habe keine chance mit dem blöden billig schwert was so ein schwert ja auch eine chance gegen den oder naja das hat sie das hat erstmal morgen ich habe auch gar nicht mehr da ich glaube er hat uns gar nicht mehr im fokus kann aber sein ich bleibe bei dir doch hat er ich bleibe bei dir ich wollte eigentlich ein paar sachen herstellen was wollte ich jetzt machen eigentlich älterweise wir zusammen offline gehen oder oder nicht wenn du willst wenn du willst keine antwort entweder ja oder nein oder so viel wieder abgegründet was das für abgründet ja das war level 2 ach da haben wir auch die wanken lichterloh licht kerze oder sowas oder sein das tut man doch warte was brauche ich noch es geht geht mal schlafen es ist es sechs uhr gleich der hat nix der hat ist überhaupt nicht ne wollte ich gerade sagen ne 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 ach ne hier sind skelette ich glaube wir sind ein bisschen älter als du ich bin gerade im krieg was im krieg? warum? na wegen der zombies ich habe ein extraherz bekommen sogar noch mal zwei also das bestimmt nicht wenn wir wie ins bett gehen nö wenn es ihnen nicht passt kann er ja gehen ich kann nicht mal richtig laufen so weit weg wer? na ich wenn ich richtig weit hin doch gehen will das liegt eiskalt dann musst du dir wieder essen nicht voll schnell bringen habe ich doch da steht aber richtig eiskalt da stehe ich doch das geht aber richtig eiskalt darf ich bei dir sein? hast du stein? das ist kein nett ja muss ich gerade selber sammeln natürlich ach so kann er zusammen gehen und meint dann auf youtube oder wo wir können kommentare abgehen und zombies können sie gegen angreifen hey mein schwatt ist kaputtgegangen das machst du das ding eintreten abbauen kriegst du materialien von die kiste leer habe ich schon gelootet ist mir mal warum ich habe kein holz keiner als wer warte nicht abbauen bitte moment mal hast du dachte ich deine hast du brauchst sägewerk holz sägewerk für schwert für holz stopp da ist eh warm komm zu mir rüber und dann wie brauchst du dafür na holz stopp nur jetzt brauchst du aber holzplanken holzplanken habe ich ja hast du aber ich brauche nur ein schwert ich kann es so herstellen wenn du das sagen hast oder nicht ich wollte mir gleich genug hast jetzt fast schlechte laune tut mir leut wer wird die kleine von youtube ja sicher was schreibt was hast du gemacht was hat er geschrieben ich habe es nicht mal schlecht gemeint warum so frech ich habe gehe auch dicker im menschen strebst ein mit anträgen stimmen bruch spaß und er trieb seit 40 stunden macht außer dem leben ihr no-brainers er sieht was was besseres ups was hast du gemacht jedenfalls 10 minuten timeout tschüss leg mir auf mich hoppala ups wie viel aufrufe hast du bei deinem video was für video bei deinem live stream meinst du auf youtube oder was ja 51 was ungefähr wie viel zuschauer durchschnittlich also wiedergabezeit 10 minuten hihihi da die 50 etwa wow oder habe ich auch 10 minuten gehabt keine Frage das Inventar so klein bei fortnite wir sind im spielmodus zumindest ja wir haben nur 24 das stimmt ich weiß wie groß das im mahlkabel ist natürlich naja gut sonst so 30 also wo der kapas kaputt mein schwert wo kannst du klicken soll ich das schnell hier ist ein problem war ach das ist ein Mist ich hab was vergessen vielleicht auch später bessere wenn du jetzt abgehörst gibt es glaube ich später noch ein besseres schwert es gibt es ja wieder abstufungen abstufungen wie maicraft ja das ist schon artstark ähnlichkeiten warte und wirft man dir eigentlich immer die blöden fackeln kann man nicht auf dem gebäude montieren die fackeln ja ne woher wirft die mal weg woher wirft die mal weg klatsch 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 wann wollen wir zusammen aufs stream gehen ja wenn du magst hui brauchst du ne uhrzeit ne 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 fette Spinner das Problem ist auch vor allem haben wir ja nicht so viel was hast du gemacht ja nix sag mal ruhig weiter ähm was solltest man sich sagen wollen ja gut ja gut ähm bisschen wasser warum glaubt nicht glaubt und ich brauche nur steiner sind doch genug hier ja ja dann nimm mir nicht alle weg was denn sag mal nur mal ein holz ja bis lang wir dann hoch das ist ja gut gehen wir auf machen wir in der gleichen Stelle weiter was das wär ja lustig was denn ja wenn wir aufgehen in der gleichen Stelle weitermachen wie meinst du das wenn wir jetzt aufgehen würden dass wir in der gleichen Stelle weitermachen würden wir jetzt aufhören ach so ach so möglich ja können wir auch machen ja was ich spiele davor aus weißt du ja wir können nachher gerne noch mal Fortnite Lego spielen das ist wenn du dich traust warum nur so hier kann man nicht so schlecht sein wie in Fbittle Royale wir müssen doch nicht schießen hier gehts doch nicht darum ne wir müssen doch nicht schießen hier sind wir sie primär außer da ist unser Base kann ich was machen? wo willst du denn machen? ich hab grad was abgegratet ich hab's gesehen ich dachte schon Schokolade essen ja kriegt sie glaube ich gar nicht ich kann sogar ein Lagerhaus platzieren hm jetzt gibt's auch noch Stühle, Beleuchtung ja ich weiß du brauchst die Ranken dafür und andere warte was brauch ich jetzt nächstes doch ja also Stein hab ich genug ha, ein Schlag, den Tor, ich bin jetzt tot mit dem Schwert mit neun? ja ne, mit dem Schwert allgemein ne, ich hab noch ein altes Schwert ach so ich stell mir erstmal hier sechs gebratene Fleiche her mh mh müde etwas puri das ist auch mit dir hm mh 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 was hat nichts verstanden was vor zu sagen habe ich habe gesagt hier ich bin jetzt erstmal das video was ich kann immer noch aufnehmen warum immer noch ein bisschen fertig habe ich habe ja noch sonst hätte ich ja bescheid wo treffen und an der base ich bin ja schon da ist ja witzig kommst du gut macht also du brauchst diese mit dieser hat ein inventar so voll war da habe ich ja nicht besorgt wird eine tasche bauen also noch gesagt eine technische ruhe habe ich doch schon nee nicht du dann ich mich ja möchtest du meine kiste gucken ja und dann das nächste wie viel holz ich habe dass die arbeit sogar weiter das finde ich cool sogar ein bisschen vorteilhafter ja auch gleich ich will aber ich ein lagerhaus bauer also auch kleines lager sind nur acht zehn slots wie microsoft eine kleine kiste da passen 20 rein dass es nicht stapeln kann 30 schluss ganzen ganzen ranken hätte ja 20.000 funktion gibt das gibt es noch nicht ich weiß mich gar nicht ich weiß mich gar nicht wie ein zweiter juli weiste schmeckt jetzt gar nichts ehrlicherweise also für karriete jungen was wir finden wie verbinden heißen verbinden keine ahnung keine ahnung muss ich das verstehen nö kannst du ausprobieren äh wie verbinden ich verstehe es nicht du wiederholst dich kämmer ist nicht mehr hat mich gebraucht zumindest kein effekt gebraucht was tut mir leid noch mal wegen eben gerade dass ich so frech war wollte ich eigentlich nicht deine bus fürs sind aber eigentlich ja danke nimmst du dir den tötigung an oder soll es das beweisen wir sehen es gibt vieles nein nicht wirklich oder das wirklich naja ne ist eher eine kerze die wirklich wenig licht ach ja dunkel ja ist eher wie eine kerze die ist richtig dunkel naja ja so viel licht bringt die nicht tatsächlich muss eine andere methode nutzen um tatsächlich licht zu produzieren im haus wie ein satis factory mhm oi das ist kein satis factory oder ich bin doch nur verglichen damit ich bin doch nur verglichen damit ich bin doch nur verglichen ach das sind zombies vor der Tür oder ja das zombies killt den das schau fangen wir die aufnahme beenden ich warte schon auf dich da ist auch schon vorher gesagt 6 planen die kommen immer nicht hoch der eingang ja passt bei mir mhm warte ok ok ich geh jetzt ich geh jetzt mal ich muss schlafen gehen weiß nicht wieso ich noch wach bin aber eine viel spaß noch am spielen ciao jo danke guss nächstlich ne ich will ja auch gleich ins bett gehen denk ich mal äh du denkst hallo hallo ja gut ich hab schon hey hallo lass das doch mal dran was denn warte ups hoppala ja hoppala ja und dann ja wir finden bis zum nächsten mal ne kannst den kanal gerne abonnieren dann verpasst du nix ich will mir jetzt nicht nur fordner streamen ich will mir wegen ob sie so ist ja nicht so ist es nicht so ist es nicht wieso hast du keinen bock mehr wie so was klick habe ich noch nie kann ich doch nicht ändern doch hofft sie geht es gut zu weit nachblick was habt ihr schönes gemacht als kommt jetzt mal was da nimmt mich ja nur noch den so ein ja jetzt geht ja von wer dachte mir schon gibt es ja nicht anders aus hockadier auf und bringen das stimmt ich bin auch minecraft tatsächlich und ets ja na ja ja wir kommen auf jeden fall fortnight also nicht normal sondern fortnight lego sie sind jetzt nicht wie standard aus sondern halt noch hier legen ja genau wir sind aus hamburg hamburg meine perle vielen dank fürs reden auf jeden fall noch reden meins hat du willst ausmachen die ofen ich warte auf dich ja ich dann doch gerade die ganze zeit zu machen können na ich wollte dich ja nicht nur mein regner auch quatsch quatsch gibt es nicht bleiben stehen wer ist viel so viel glück habe ich nicht wie er kann ich doch nicht sagen dazu voll was die kiste kaputt gemacht ja ja gut kommen wohin hier hoch hier wird das neue lager sein sie haben so cool ist das dach muss ich sagen muss das so und dicht das dach ist dicht hallo sie sind komisch aus das dach muss ich sagen aber was sagst du dazu hier kann man ja rein in die tonale und die letzten werden auch noch voll mit der axt kisten sein ich bin noch ein paar größere sache denke ich mal schätze ich mal kann man die letzte rein ist doch leer gewesen die kiste also kippen ist gut ja einfach schon sortiert ja max ja weiß was ich brauche dafür granit als steine planke knorrenwurzel hier dass ich weiter abklöten kann ich habe genug lego cool was hast du genug verdient darf ich habe beziehung antwort abgelehnt bitteschön 30 stück warte wie viel brauche ich hier noch sogar 30 flanke also blanke ja meine wasser ist weg nichts fallen lassen ufteilen ist danke vater kann ich kommen das ist ja hier vor der nase was habt ihr schönes gemacht das habe ich gerade immer gefragt wahrscheinlich auf nrw hollibleni und der wii hallo wahrscheinlich trinken wollte brauchen nur ein bisschen ich habe elbe paar noch vier was schlanken er mir fehlen noch vier nur dann kriegst du alle die ich gerade habe dann bin ich loslegen gewesen was müsst ihr doch hier welche machen knorrenwurzel hä wie krieg ich die knorrenwurzel micha kann ich nicht sagen bin ehrlich einmal los los ach du scheiße ich wollte mich doch forschen naja ich warte auf dich wieso überleg doch mal warum holz da und wo Prozent 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 jetzt bin ich erst mal dran Habe ich alles reingeschmissen an Holz, bin ich ehrlich Ja, ich muss mal gucken, tatsächlich Bin ich auch mal, wenn du drauf gehst Bisher habe ich es noch nicht geschafft, dazu zu kommen Brauchst du noch mehr, gerade nicht? Nö, ich habe genug Vielen Dank Vielen Dank, mein Kleiner Äh Ich, ich, ich Lass abgezockt Lass abgezockt Ich habe dein Holz geklaut Kannst du gar nicht Doch Kannst du gar nicht Ich kann jetzt sogar Seil machen Ich bin Ich bin Ich bin Hallo, nicht verrägt. Na gut, wir sind immer noch live, ahem, Wurst. Das ist richtig. Ja, wenn du wüsstest, was ich jetzt mache. Wir sind nicht. Wir sind nicht. Na ja, Freunde, ich würde sagen, das war's jetzt mit diesem Video. So, last live von deiner Huda. Dann sehen wir uns später wieder. Dann nachher wieder, vielleicht bei Fortnite. Omsi, wer weiß, wer weiß, wer weiß, wer weiß, würde ich sagen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wird's auch noch was sagen? Tschüss. Tschüss. Bye, bye und adi. Willst du gleich mal g0.15? Hallo? Ja, du? Weißt, was ich hab? Nee. Nee, ich bin scharf. Ach, kommt weg. Guck mal. Oh, hab ein Schild. Ja. Na komm, ich will mit dir zusammen die Aufnahme bänden. Nein, ich bin noch immer noch von Aufnahme. Bye, bye. Tschüss. 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 Vielen Dank.